Hallo, in diesem Film erzähle ich Ihnen von Dr. Günschel Öztürks geschlossener Nasenkorrektur. Aufgrund der technologischen Verbesserungen ist eine Nasenkorrektur ohne Meißel und chirurgischen Hammer möglich. Ihre Nase wird in acht verschiedenen Winkeln fotografiert und das mögliche Ergebnis nach der Operation wird Ihnen in einer 3D-Simulation angezeigt. Bei der geschlossenen Nasenkorrektur kann der Nasenschwamm entfernt, die Nasenspitze kann angehoben und die Krümmung des Nasenrückens geglättet werden. Eine Asymmetrie in den Nasenlöchern kann genauso behoben werden wie Bewusstseinsprobleme und Abneigungen. Sie können in derselben Sitzung behandelt werden. Die Technik der geschlossenen Nasenkorrektur hinterlässt keine sichtbaren Narben an der Nasenspitze. Die Struktur der Nase enthält den Nasenknochen, den oberen Flügelknochen, den unteren Knorpel und in der Mitte das Nasenseptum. Unter Vollnarkose werden der obere und untere Flügelknorpel in den mittleren Teil verlagert. Nasenbuckel werden mit Spezialgeräten hammerfrei entfernt. Nach diesem Vorgang wird die Nasenbrücke gefeilt. Nachdem der Höcker von der Nasenbrücke entfernt wurde, werden die rechte und linke Seite des Septums vertikal geschnitten und doppelseitige horizontale Schnitte werden an der Oberseite des Nasenknochens durchgeführt. Um eine ästhetische Seitenansicht der Nase zu erzielen, werden die Oberteile von den Flügeln entfernt. Nach diesem Schritt werden aus dem Septum entnommene Knorpeltransplantate zu beiden Seiten des oberen Spektrums verlagert. Das vertikale Knorpeltransplantat, das in die Nasenspitze eingesetzt wird und den gesamten Knorpel absenkt, wird mit Stichen gehalten. So werden die Nase, Spitze und Asymmetrien der Nasenlöcher behoben. Schnitte an der Nasenspitze werden durch sich selbst auflösende Stiche geschlossen. Daher müssen keine Stiche entfernt werden. Für den letzten Schliff der ästhetischen Form werden die unteren Seiten des Nasenknorpels nach unten geschnitten. Später wird die Lücke in der Nasenbrücke geschlossen, indem beide Seiten gedrückt werden. Zur Unterstützung der inneren Struktur an der Mittellinie werden in beiden Nasenlöchern Silikonflügel angebracht. Nach dem Auftragen der hautfarbenen Nasenstreifen wird die Operation mit einer Thermoplastschiene auf der Nasenbrücke abgeschlossen. Wenn Sie möchten, zeigen wir Ihnen jetzt Vorher-Nachher-Bilder. Nasenbuckel wurde entfernt. Die Lockerheit der Nasenspitze und die Krümmung der Nasenbrücke sind behoben. Asymmetrie der Nasenlöcher sind behoben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.günschelöstürk.com. Das ist eine kleine Nörfer-Nachher-Nachher-Nachher-Nachher-Nachher-Nachher-Nachher-Nachhera-Nachher. Vielen Dank.